Echt? Habe ich das mal gesagt, Brexit? Ja, ist halt so ein Horror-Survival, ne, Natso? Mann, wo ist denn freaking Raum 115, ey? Ne, das schon auf der Etage, ja, fuck's, das passiert mir das öfter und mal, dass ich mich einnässe. Mann! Mann! Was ist das? 202 ist dunkel, ne? Okay, er ist jetzt hinten durch. Ja, ich weiß, dass du jetzt hier bist. Mann, 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 ey. I'm coming now. Hey, wer? Aber wo ist denn 215? Das ist ja vor allem wirklich anstrengend, wie aggressiv der Typ jetzt ist, ne? Aber das ist auch ne gute Idee von dir, Frexit. Nee, nee, 215. Na zu. Ja. Hallo, ich bin Schmini und ich warte auf den Weg zu Raum 115 auf dich. Cooler Zarrer, ey. Oh, danke dir für deinen Raid und willkommen im Stream. Ich hoffe, du hast auch einen angenehmen Raid, äh, einen angenehmen Raid, genau, einen angenehmen Stream. Wartet der eigentlich immer auf der Etage, wo ich bin, bzw. wo ich gerade hin muss, oder ist der immer random? So, wir versuchen es jetzt noch einmal. Raum 115, ne, 215, sorry. Do not listen to me, it's 415. So, wir versuchen es jetzt noch einmal zu sehen. Ja, mein Bot hat wieder Bock, ne? Äh, ja, ich versteh das auch nicht so richtig, Anja, ne? Wann er mich jetzt wirklich mal umlegt. Er sollte ja wirklich langsam merken, dass ich immer wieder aufstehe. Ich bin halt so klinisch Stehaufmännchen. Stell dir mal vor, ich müsste alles immer wieder von vorne machen. Ich bin halt so klinisch. Ich bin halt so klinisch. Ich bin halt so klinisch. Jimmy! Für das Später-Büro hat mich gefreut, dass du rein geradet hast. Wenn ich zurückgekommen habe, konnte ich nicht finden. Rose sagte er war in der Basement, und sie hat mir eine Idee gegeben. Was ist das denn? Ist es Harvey? Ja, es ist Harvey. Die Schlösser? Was hast du für die alten Schlösser? Es war die alte Toilersprache. Wenn du sagst, dass du, dass Jimmy in der Basement in der Basement liefst, hat das etwas mit diesen russischen Schlösser zu tun? Wenn Jimmy da drüben wollte, würde er es nicht lieben. Krampf im Finger. Okay, ich soll ins Untergeschoss. Lassen wir uns jetzt umklatschen, damit wir schneller sind. Ich glaube, ich habe einen guten Schritt gehört, oder? Der war weit weg. Ich habe keinen Phasmophobie, aber es gab schon Anfragen von anderen, ob ich mir das mal holen will. Da steht unter dem Stream sonst auch alles dazu, was ich für Equipment habe. Ich habe eine Logitech-Gefe von Natsu. Oder zumindest die benutze ich gerade. Aber eventuell hole ich mir irgendwann mal Phasmophobie. Ja. Du kannst da da für den Nacht, Jimmy. Ich habe nur noch. Okay, gar nichts an Geräuschen her. Man war hier gelandet, weil man seine Leute vergessen hatte, mit denen man unterwegs war oder verloren hatte. Und man ist hier für eine Nacht gewesen. Ich weiß auch nicht, warum der ihn eigentlich einfach feuert, ne? Vielleicht ist diese Frau, die das immer nicht glaubt. Vielleicht hat die irgendwas zu tun mit dem Hotel. Und wird wahrscheinlich Jimmys Mom sein oder so, ne? oder irgendwie seine Adoptivmutter, was auch immer. Und vielleicht ist das die Ownerin von dem Hotel. Und hier ist einfach nur die Verwaltung der HW. Irgendein Feuer, das sind die Bilder. Und da war er kein Geist. Was? Hey, nicht schubsen an, ja. Na? 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 wieso kann ich hier jetzt ran ne ich sollte doch irgendwas im ground floor machen oh was hä das ist das Bild von dem brennenden Haus also von dem brennenden Hotel hängt hier irgendwo ein Bild an der Wand dieser Pfeil zeigt immer hier hin hä wieso ist er jetzt hier ist es Harvey ja ja manche gar keinen Sinn Was there a fire at the hotel? Okay, just a... Just contain it, but I lost a lot of stuff. A lot of stuff. You said you were wrong to think Jimmy couldn't do any damage in the basement. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Nobody realised how far Jimmy would go to get attention. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder ins Basement. Und dann gucken, was da unten abging. Ich gucke aber vorher nochmal, bevor ich jetzt alles wieder irgendwo hoch muss. Oh my god. Oh my god.